Hallo bei Ausprobiert! Die Temperaturen steigen draußen und dementsprechend kann man wieder viele Dinge im Garten machen. Dafür braucht man die ein oder andere Gerätschaft und dazu kauft man in der Regel im Baumarkt ein oder im Internet. Baumarktsachen sind eine der wenigen Dinge, die ich tatsächlich im Baumarkt versuche zu kaufen. Warum? Weil es dort Bauhaus und Hornbach gibt und diese beiden Baumärkte, die haben eine Tiefpreisgarantie. Das heißt Amazon etc. die können gar nicht billiger sein, weil wenn es der Fall sein sollte, dann kann man den Preis bei Hornbach bzw. Bauhaus melden und bekommt dann zusätzlich zu dem niedrigeren Preis nochmal ca. 10% Rabatt obendrauf. Und ich will euch heute zeigen in diesem Video, wie diese Hornbach Dauertiefpreisgarantie funktioniert, wenn man übers Internet bestellt, dann aber den günstigsten Preis im Internet auch haben will. Und dazu müssen wir uns an den Computer setzen. Ich zeige euch mal was, oder anhand eines Beispiels, wie das Ganze funktioniert. Man sieht jetzt hier auf dieser Hornbach Homepage das Produkt, um das es gehen soll, den Fiskars Quickdrill Handerdbohrer. Damit bohrt man also Löcher mit einem Durchmesser von 20 cm. Das auf relativ einfache Weise. Das Gerät schneidet super bei den Amazon Kundenbewertungen ab. Also funktioniert wirklich top. Und das will ich jetzt haben. Der Preis bei Hornbach beträgt 59,95. Aber das macht man als preisbewusster Kunde. Man geht sofort auf eine Preisvergleichs-Suchmaschine. Zum Beispiel Idealo und gibt dort die EAN oder eben diese Artikelbezeichnung ein und sieht da, okay, es gibt einen deutlich niedrigeren Preis. Nämlich 39,99 bei einem Anbieter, der sich baumarkteu.de nennt. Ja, ich bin aber Hornbach Fan und Kunde und will es auch auf jeden Fall machen, weil ich dann eben nicht nur diesen 39,99 Preis bekomme, sondern zusätzlich nochmal einen Rabatt von 10% obendrauf. So, und jetzt, oder wie gehe ich da jetzt am besten vor? Ich bestelle dieses Produkt erst bei Hornbach, also tatsächlich bei Hornbach. Lege das Ding in den Warenkorb und bezahle das Ganze auch. Und sobald die Auftragsbestätigung in einem Posteingang aufschlägt, hat man dann die Möglichkeit, die Dauer-Tiefpreis-Garantie in Anspruch zu nehmen. Und was macht man dazu? Man geht auf die Hornbach-Startseite. Da hat man in dieser Mitte des Bildes einen Hinweis auf diese Dauer-Tiefpreis-Garantie hier mit der Hand. Da klickt man dann einmal drauf, kommt dann auf eine Seite, wo viele Dinge erklärt werden, unter anderem, dass man eben zusätzlich zu dem günstigeren Preis nochmal einen 10%igen Abschlag bekommt. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das oder wie bekommt man dieses Geld zurück? Man hat es ja erstmalig den höheren Preis bezahlt. Man muss hier unten rechts klicken, also auf den Button mit der Beschriftung Garantie direkt einlösen, Online-Preisgarantie-Formular. Dann kommt man auf diese Seite und da muss man dann jetzt seine eigenen Daten eingeben, Kontaktdaten. Dann braucht man die Hornbach-Auftragsnummer, die Menge, die Artikel, die man bezahlt hat und den Hornbach-Preis. Und dann hat man hier die Mitbewerberdaten anzugeben, also Angebotsdatum, Mitbewerberpreis, Name des Mitbewerbers und kann dann hier einen Link zu dem anderen Angebot einstellen. Oder wenn man in der Gefahr läuft, dass dieses Angebot möglicherweise nur von kurzer Dauer ist und sich nicht mehr nachvollziehen lässt, dann macht man idealerweise einen Screenshot. Und diesen Screenshot hat man dann als Möglichkeit oder kann man dann hier als Dateianhang diesem Formular beifüllen. Das Einzige, was man dann noch machen muss, ist hier auf Absenden klicken. Man bekommt dann sofort eine E-Mail, dass dieser Dauer-Tiefpreis-Garantie-Antrag eingegangen ist und geprüft wird. Und bei mir hat es circa einen Tag gedauert, bis man dann eine Antwort erhalten hat. Die E-Mail hatte dann den Betreff, wir halten Wort. Und darin wird dann bestätigt, dass man sich tatsächlich an diesem Mitbewerberpreis orientiert und eben nochmal 10% Abschlag bekommt. Ergo habe ich 37 Euro, etwas um die 37 Euro für meinen Fiskars-Lochbohrer bezahlt. Funktioniert also wirklich wunderbar. Ich bin da sehr mit zufrieden. Im Markt selber ist es übrigens auch kein Problem, habe ich auch schon öfter gemacht. Also wenn man das Produkt vor Ort eben sich angucken will und dann sagt, man geht über das Handy mal ins Internet, auf Idealo holt sich den günstigsten Preis. Da wendet man sich dann direkt an den Mitarbeiter, der das dann an seinen PC eingibt und den Preis korrigiert. Damit geht man dann in die Kasse und bezahlt. Aber wie gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, online einzukaufen und bei einem anderen Online-Händler den Referenzpreis eben heranzuziehen und diese Dauer-Tiefpreis-Garantien-Anspruch zu nehmen. Ich fand das super einfach. Ich hoffe, mit dem Video ist es euch auch leichter, darauf zurückzugreifen. Und freue mich darauf, wenn man sich in einem anderen Video mal wieder sieht. Falls es von euch von Interesse sein sollte, Kanal abonnieren. Bis dahin. Servus.